Siehst du das Gewehr? Geh da hin und nimm den Konvoi ins Visier. Du musst einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Versuch's mit dem Motor. Ich schalte dich in den CPF-Kanal des Konvois rein. Gut, so kann man auch von da oben hier runterkommen. Wie ist Ihr Status? Ende! Sieht gut aus. Der Weg ist frei. Warte nach oben! Der Weg ist direkt am Ende! What? Los, du musst nach unten. Gleich ein Überschlag. Natürlich wieder ein Helikopter. Ist klar. Die Polizei weiss immer, wo ich bin. Ich glaube, ich laufe einfach lieber normal herunter. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich versuch's. Wieso? Wieso? Manche Waffen sind echt krass. Nooo Sherlock! Boah! Alter! Okay, eine Schrott in dieser Empfehlung bringt gar nichts. Los! 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 Er trifft mich! Ich triff ihn gar nicht! Lass mich doch verarschen. Die treffen mit jedem Schuss! Mit jedem Schuss treffen die dich! Ich spiele so unbalanciert! Ich spiele so unbalanciert! Ja Null Muni! Danke! Gibt nix! Oh Mann ey! Und die... Ah ne die Waffen sind noch hier! 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 Ich lesge. Ah! 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 Das war's für heute. Sorry. Da hat mich grad jemand angerufen. Muss ich kurz nachschauen. As op! Alright, Waffe lebt. Nächste Waffe. 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 Hey, das game. Hey, das geht. Die machen halt die. Ja, ist die, 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 die. Die wird halt hier echt schlau hingesetzt, dass man die nicht treffen kann. Ja, das geht. 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 Ja. 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 Kate! Kate! Faith? Ruhig. Effie, Wahnsinn, was du alles für mich getan hast. Das war ich dir schuldig, Kate. Nimm das. Das ist Merck. Er ist dein Freund. Er wird dich hier wegführen. Ich lenke die Cops ab und komme später nach, okay? Merck's Unterschlupf. 20.34 Uhr. Sieht gar nicht gut aus. Oh nein! Merck! Ich konnte sie nicht stoppen. Sie haben Kate. Aber ein paar der Penner habe ich erwischt. Wo sind sie hin? Sie haben etwas erwähnt. Die Scherbe. Beim Bürgermeister? Ja. Shit, Merck. Ich hole jemanden. Einen Arzt. Das bringt doch nichts, Faith. Es tut mir leid, Merck. Es tut mir leid. Nein. Nichts bereuen. Aber lass sie nicht gewinnen. Werde ich nicht zulassen. Versprochen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Danke, Claire. Fuck. Oh, Mann. Vielen Dank.